Hallo meine Lieben, wie ich euch ja vorgestern angekündigt habe, möchte ich euch gerne jetzt in den nächsten Wochen mal ein paar sogenannte Quick- oder Short-Workouts präsentieren. Eigentlich für diejenigen, die jetzt sagen, boah, diese ganzen 45, 50, 60 Minuten Workouts, diese kompletten Pakete, das ist nichts für mich oder das ist mir zu anstrengend oder so fit bin ich nicht oder das ist mir einfach zu viel, habe ich jetzt mir überlegt, eher so kleinere Parts zu machen, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel mit diesen Übungen anfangen können, um einfach vielleicht einen Einstieg zu machen, sich zu modellieren oder auch für Leute, die jetzt sagen, ja, ich mache die großen Workouts so gerne, aber ich habe jetzt auch mal zwischendurch nicht so viel Zeit oder nicht so viel Energie, so große, lange, schwere Workouts zu machen, da habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, so ein paar kleinere, sogenannte Quick-Short-Workouts zusammenzustellen. Ich werde euch jetzt das erste Workout präsentieren, im zweiten Video kommt dann das zweite Workout, morgen kommt dann wieder was Größeres und so weiter und so fort, also ich möchte euch da einfach nur mal wieder neue Trainingsreize und Trainingsmöglichkeiten geben. Zum ersten Short Workout, Part 1, und zwar ihr nehmt euch den Track von Eminem, Cinderella Man, ja, den könnt ihr bei Spotify, YouTube, überall könnt ihr den anhören und euch unterziehen oder streamen und dieser Track hat einen sehr, sehr coolen Beat, einen sehr, sehr coolen Rhythmus. Und zu diesem Takt, zu diesem Rhythmus würde ich euch empfehlen, macht ihr die drei Basics-Übungen, ja, die drei Basics und zwar im ersten Part macht ihr Push-Ups und zwei Squats und dritten Sit-Ups zu dem Takt, zu dem Rhythmus des Tracks. Wenn das erste, wenn das Lead zu Ende ist, macht ihr einen Kilometer Joggen oder vier Kilometer Radfahren. Also jeder hat halt so, glaube ich, bei sich zu Hause so einen kleinen Trail, so eine kleine Strecke, so in etwa beim Joggen einen Kilometer oder fürs Fahrradfahren so drei, vier Kilometer, einfach so fünf, sechs Minuten, dass man wirklich nach dem Lead so ein sogenanntes Cardio-Training macht. Also ein kurzes Cardio-Training, einfach um sich nochmal zu lockern, um nochmal den gesamten Körper durchzupusten, Herz-Kreislauf-Training. Und dann kommt ihr wieder zurück nach Hause, rumzimmer, Keller oder auch immer ihr trainiert oder draußen bei dem Wetter und macht das Ganze nochmal. Gleicher Track, gleiche Abruf-Abfolge und das Ganze macht ihr insgesamt dreimal, sonst wird das Lead dann irgendwann mal zu langweilig, wenn man zu oft hintereinander gehört hat. Ist mal eine coole Challenge, macht mega Spaß. Wie lange ihr diese drei Übungen macht, dürft ihr natürlich selber entscheiden. Ihr könnt sagen, ihr macht immer zehn Wiederholungen oder ihr macht immer 30 Sekunden oder ihr macht mal lange und mal kurze Intervalle. Das dürft ihr gerne selber entscheiden. Probiert es mal aus, gebt mir vielleicht kurz Bescheid, wie es euch gefallen hat. Kurzes, schnelles, aber trotzdem effektives Workout. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Vielen Dank.